Hallo und herzlich willkommen zu neuen Entwicklungen von World of Tanks. Heute tatsächlich im E100. Hab ihn jetzt hier angecolt, aber jetzt haben wir ihn doch tatsächlich mit der besseren Kanone. Ist also auch das erste Mal, dass ich ihn jetzt spiele mit der neuen Kanone. Die hab ich bis jetzt noch nicht einmal angetestet. Mal schauen, was draus wird. Ich weiß, was mich übrigens schon immer interessiert hat. Vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten. Wofür ist eigentlich dieses obere Kanonenrohr, dieser Mini-Stummel da? Was wird daraus geschossen? Vielleicht können es mir eine beantworten. Aber wobei, wir fahren links lang. Ich war gerade bei der falschen Seite. Ich dachte, wir wären auf der anderen Seite gewesen. Ja, da seh ich mich auch da. Ich komm direkt mit. Das ist ganz gut. 60 dp kommt direkt raus da. Oh. Da habe ich nicht gerechnet, dass dann ihr 7 so weit vorne steht. So früh. Okay, der tvp ist noch ganz weit weg, aber... Wobei... Na, es gefällt mir alles nur so halb hier. Ist nicht gut, ist nicht gut. Das war nur die Kette. Aber ich wollte ja... Ich muss auf einmal den anderen Rundin zurück... Ich nehme das jedes Mal falsch hin, ne? Hast du mir das Schaden gemacht? Wie das denn? Krass. Meine Position gefällt mir überhaupt nicht. Ja, war nicht gut. Ne, komm. Die Position gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Äh... Ich wollte eigentlich mit da vorne hinfahren, aber da war ich mal zu langsam für. Wobei... Vielleicht können wir den 60 dp noch irgendwie nerven hier. Ich weiß es nicht. I don't feel this. Ah ne, komm, ich bin drauf geschissen. Ich seh mich bei der Position hier einfach gar nicht. Ich treff den da hinten zu schlecht. Er macht mir durchgehend Schaden, weil ich hab meine Front gut zeige. Und bei dem Turm kommt er halt easy durch. Das lohnt sich nicht. Mit Maus und E100 muss ich sofort links anfahren. Dafür ist die Mitte nicht gut genug. Oh, lol. Der Super Conqueror wechselt gleich mit. Aber hier ist die Position viel angenehmer. Oh, lol. Ja, das ist schon besser. Okay, der hat geschossen. Das gibt uns schon mal 15 Sekunden mehr Zeit. Damit ist eigentlich nur noch Super Conqueror für uns eine große Gefahr. Weil der 60 dp kann jetzt gerade bei uns in der Position, wo wir sind, hier kaum was tun. Ist das gut? Ich bin ja ehrlich. Boah, der erste Ringstag war gut. Sehr, sehr gut. Das war wichtig. Das war gut. Ach, dass der letzte nicht durchgegangen ist, das war wichtig. Ja, erst falsches Positioning, aber fürs nächste Mal wissen wir jetzt, mit E100 und Maus am besten immer direkter auf den mittleren Weg zum Spot fahren. Ist auf jeden Fall besser als durch die Mitte. Durch die Mitte finde ich es gut mit Jagdpanzern. Vor allem mit dem Jagdpanzer E100 oder halt auch irgendwie mit den 60p oder so. Oh. Von drei Glückschips. Achso, danke. Cool. Auch ganz kurz hier angucken. Schön. Ja, dann ab in die nächste. Alter. Loy. Unsere Kreditpunkte waren mal ganz kurz bei 3 Millionen. Jetzt sind die wieder bei 2,8. Belastend. Ja, das ist eins, was mir gerade nicht so gut gefällt. Die Panzer, die ich jetzt gerade spiele, die kostet mich gefühlt alle deutlich mehr. Allein schon durch die Munition. Die Munition ist halt echt Killer bei den Modus. Aber insgesamt gibt er trotzdem echt gut Geld. Also, ist so ein Mittelding. Ich glaube, wenn du hier Medium spielst, die ganze Zeit, dann kann sich das richtig gut lohnen, du. Vor allem, weil die Runden so übelst schnell sind. Ich nehme mal trotzdem den E100. Einfach, weil ich ihn in der Folge zeigen möchte. Dann fahren wir am besten da hinten durch. Durchs Schloss. 2,9,0,3. Wofür steht die 2,9,0,3? Ha. Cool. Okay. Oder wir fahren direkt auf den Spot drauf. Aber ich glaube, da hinten, da sehe ich mich schon fast ein bisschen eher mit dem hier. Oder? Also, ich bleibe erstmal bei meinem Team. Weil allein da hinten hinfahren, das ist dann auch wieder richtig belastend. Weil wir müssen unsere Rolle ja schon ein bisschen einnehmen. Wir sind ja eher Schadensdealer, also hier Damage-Dealer. Als jetzt wie die Maus, die eher auf Tank geht. Wobei ich mit der Maus immer ganz gut Scham mache eigentlich. Also, ich bin so ein inkompetentes Opfer manchmal einfach. Ohne Witz, da fällt mir auch nichts Besseres zu ein, du. Wie kann ich denn jedes Mal diese Scheiß-Mutation verkacken, Mann? Hahaha. Ey. Ist ja unfassbar. Ich muss da dringend mal was mitmachen, ey. Am besten nur die Prämo-Mutation reinpacken. Ich glaube, das ist vielleicht noch eine gute Alternative. Okay, ich stehe zu schräg hier. Dann fahren wir kurz ein bisschen tiefer. So ist gut. Bei dem könnten wir ganz gut treffen, den 50B. Ja, aber ich wollte eigentlich ein 50B haben, nicht dich, Mann. Du bist doch jetzt nicht der, der gewollt ist. Der STB kommt gleich von hinten safe, also von rechts hinten. Oh. Das auch schon. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was mich interessieren würde, ist, warum der STB das Ding nicht capturet da hinten. Wo ist der dann? Fahr noch ein Stückchen höher. Nur, nur, nur ein bisschen. Ja, 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 ja. Das ist mir nicht gut genug. Jetzt nimmt das einen. Ich hätte ihn auf oben, auf dem kleinen Ding treffen können, aber es ist mir das Risiko, nicht mehr zu schießen. Weil wir laden halt auch 18 Sekunden nach. Dafür nicht so vernachlässigen, ne? Das ist schon viel. Uh, wer speedet denn da vorbei? Warum denn auf mich? Achso, wir waren beide zu nah nebeneinander. Okay. Ja, dann verstehe ich das. Dann ist cool. Alles gut. Boah, ich fühl mich hier gerade wie bei so einer Patze. Oh, der 50 B ist wieder da. Ja. Komm, piek bitte. Och, Mann. Du wärst ein schöner Gegner gewesen. Okay, die fahren vor. Wir bleiben mal nochmal ganz kurz hier stehen. Oh, das ist gut. Oh, Gott, ging der hoch. Oh mein Gott. Ja, okay. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass er ein bisschen die Weltgeschichte hochfliegt. Aber hey. Vorsicht, Leute. Der kommt davon. Ja, ich dachte schon, dass du irgendwann kommst. Irgendwann musst du ja ein Problem werden. Das ist kein Problem. Lol. Der kommt durch. Ach, der sieht mich ja trotzdem. Ich glaube, ich bin zweitge- zweitgekündig. Ah, belastend, Mann. Wichtiger Hit. Das ist fein für mich. Ja, komm, verpiss dich. Du hast mich gesehen. Ich zieh wieder dahin, ne? Das ist richtig so. Mach einen Abgang, Junge. Das Gute ist, aber so lange der STB da steht, bleibt mir den eigentlich ganz guten Schacht da. Ah, die Position ist eigentlich gar nicht mal so schlecht hier gerade, muss ich sagen. Die ist ganz gut. Leider keinen Schaden gemacht. Na ja, machst du nichts. Oh, super Conqueror. Nicht durchschlagen. Belastend. Und da kommt noch einer. Loll. Kommt nur durch. Stehe ich nicht schräg genug? Vielleicht, keine Ahnung. Bestimmt so zwei Grad gefehlt oder so. Ja, der STB ist doch einfach nur nervig. Da muss ich ganz ehrlich sagen. Also, der ist wirklich ein Nervprocken. Okay, seit ganz durchfährt habe ich nicht erwartet. Ich dachte, er will noch mal ganz kurz pieken zum Schießen. Was macht mich doch jetzt wieder nervös? Das ist da so ein Gegner, als da hinter mir ist. Das ist schlecht. Ja, du machst es nicht. Ich muss trotzdem hinten hinzielen. Ja, ich weiß, dass es jetzt dahin kommt. Tja, schade. Und der STB guckt nicht mal. Aber das ist ja, das ist ja traurig. Ich habe so drauf gegeben, dass du jetzt guckst. Ja, dann kommt der Sternwald einfach ohne was gemacht zu haben. Jetzt guckst du nach sie. Ach, Mann. Ja, das Dumme ist halt, ich halte ihn zwar auch im Schlag den STB, aber er bin ich halt auch extrem. Der ist jetzt so ein nerviger Kackbrocken da hinten gewesen. Belassen, Mann. Ich hätte so viel mehr machen können. Schade. Naja. Komm. Dumm gelaufen. Aber den E100 fühle ich auf der Karte irgendwie nicht so richtig. Weiß ich nicht. Den fand ich da jetzt nur so halb cool. Bei solchen Karten habe ich lieber den Super Conqueror. Bin ich ja ehrlich. Naja, wir gehen auf jeden Fall direkt die nächste Runde. Zwar ohne E100, aber ist ja auch scheißegal eigentlich. Wirklich. Irr. Zampi, kurz, zack. Okay. Wieso ist eigentlich jedes Mal dieses Kackzeichen hier wieder? Ich will die Mietfahrzeuge nicht haben. Kann ich die bitte wegwerfen, verkaufen oder Müll werfen? Danke. Ich glaube, der Karte finde ich in 60 dp vielleicht noch als beste Option, oder? So, Maus war ja ganz cool. Jagdpanzer waren ja nicht so geil. Wobei die halt auch nur ein, zwei Pätze haben, wo die echt edel sein können. Ich glaube, 60 dp fühle ich am meisten. Small Map, no need radar. Ganz ehrlich, das Radar ist zwar generell eine ganz nette Sache, aber ich habe eh das Gefühl gehabt, dass das eigentlich nicht so wirklich benötigt ist. Weil wenn du den Gegner beschießen kannst, zumindest auf diesen Karten aktuell, 19% der Fällen, siehst du den eigentlich eh. Ich bin doch so kacke, Mann. Ich verkauf, verkauf, genau. Verkauf nicht die normale Munition. Das passiert mir mittlerweile jede Runde. Ja, ich schieße aber auch so selten mit der Premium-Munition, außer es muss sein, oder der Genie spielt sie halt auch, oder sonst nicht so ein Kram. Ich hasse das eigentlich richtig, die zu nehmen. Aber erstens ist die sau teuer, und zweitens, ich mag die irgendwie nicht. Daneben. Okay. Warum drängst du nicht Schiff zum Ziel? Das war ja voll dumm. Ja, ich weiß. Ich weiß. Jetzt fahr du nicht weg. Nee. Hm. Huch, da kommt ein gespeedet. Du kleine Assi. Oder schlecht. Was? Nicht durch... Ach, komm. Ja, komm, geht rauf. Das ist egal. Ach, Mann. Ja, ich hasse die Karte, aber auch richtig. Also, ich weiß nicht. Es gibt von allen Karten, bin ich ja ganz ehrlich, ist das die einzige Karte, die ich absolut zum Kotzen finde. Und mittlerweile finde ich die auch optisch scheiße, ehrlich gesagt. Die geht mir so auf den Keks, diese Kackkarte. Ich weiß ja nicht, Mann. Aber die siehst du auch in gefühlt jeder dritten Runde im Ansturm. Selbst im normalen Modus, obwohl die gebannt ist, sehe ich die dauerhaft. Ich hasse die richtig, ne? Ich habe keinen Bock mehr auf die. Ich weiß auch nie, wohin. Weil entweder gehst du halt auf den Spot, oder du stellst dich halt hinter irgendeinen Kackberg und wartest eine halbe Stunde. Weil pushen wird auf diese Karte und bei den Teams halt immer bestraft. Das Thema habe ich schon ganz oft jetzt gehabt, aber das ist so eine Rotzkarte. Ich weiß, die Position war gerade wieder scheiße, aber... Ah! Ist doch... Ah! Ich hasse die Karte, Mann. Please! Lasst mich die doch bitte einfach komplett bannen. Lasst mich die nie wieder sehen. Ich weiß, im Ansturm ist das vielleicht nicht möglich, aber in den normalen Modus. Bitte nie wieder diese Dreckskarte. Das ist eine der wenigen Karten, wo ich echt nichts dagegen hätte, wenn die gelöscht werden würde. Wenn ich... Das meine ich halt. Also wirklich, ist... Kein Scheiß. Nimm diese Karte, verbrenn sie und dann löscht sie aus jedem sein Gedächtnis, damit keiner mehr auch nur die geringsten Funken Erinnerung an diese Karte hat. Das ist so ein Rotz auf dieser Map. Die schlimmste Karte, die ich kenne, ey. Ohne Witz. Ich weiß, ich stelle mich auf der Karte auch immer dumm an, aber ganz ehrlich, diese Standard-Dinger, die man machen muss hier, ich habe da keinen Bock mit drauf. Das habe ich schon so oft auf dieser Map gemacht. Ich will das nicht mehr. Weißt du, die meisten stellen sich dann da hinter den kleinen Hügel oder da hinter den kleinen Hügel oder da an der Ecke des Hauses oder da an der Ecke des Hauses oder halt hier hinter diesen komischen Steinhäufchen da und peaken halt 50 Mal um die Ecke, um den anderen Turm zu treffen. Ja, das ist doch kacklame irgendwann. Bin ich ehrlich. Aber wenn du irgendwie was anderes machst, auf den Spot drauf fährst, irgendwie zu weit links fährst, irgendwas machst, was hier nicht irgendwie diese Standard-Dreipositionen sind, dann wirst du halt einfach nur zerstört. Das ist so ein Müll. Und die siehst du so häufig, Mann. Das Schlimmste ist, ich glaube, ich bin auch der Einzige, der diese Meinung hat, dass die Karte hier zum Kotzen ist. Ich glaube, jeder andere feiert die Karte übelst ab, aber ich halt überhaupt nicht. Ha! So, reicht doch wieder. Gut. Oh, die Gegner sind ganz schön aufgesplittet. Aber unsere Teammates sind auch wieder in der ganzen Weltgeschichte verteilt. Keine Ahnung. Naja. Weißt du, hier ist auch so ein Standardspot so, ja, da kannst du drüber gucken. Wahnsinnig spannend. Drüber geschossen. Verdammt. Ich habe die verkackte Falschmunition. Ich muss das nach dieser Runde machen, die Munition auszutauschen. Ich vergesse das jedes Mal. Wäre das ein Standardgefecht, würde ich die halt auch bevorzugen, die normalen Munition. Aber ich muss das wieder bei der Maus machen. Einfach auf Scheißen. da ging voll durch Ihre Passerung. Oh Gott, volle Kanne genießen. Entschuldigung, ich habe gerade mein halbes Headset runtergeworfen. Perfekt. Ich muss mal ganz kurz mein Headset richten. Ich habe mich gerade mein Headset bei Niesen weggeworfen. Das ist mir auch noch nicht so oft passiert. So, jetzt. Oh Gott. Wie doof es auch ist, ne? Da sagst du so zum Team, ey, ich höre nichts. Warum nicht? Ich muss genießen. Hm. Hm. Ja gut, aber das können die nicht mehr gewinnen. Jetzt fahr doch nicht raus. Lol. Wie kann man denn so killgreedy sein? Hä? Ist er? Hä? Kann mir bitte mal erklären, warum man so killgreedy ist, dass man den Sieg wegwerfen möchte? Wir hätten jetzt schon nichts gewonnen. Wieso fahren die denn raus, alle? Die sind auf dem Berg. Die haben komplett verkackt. Ja, und jetzt stirbst du auch noch. Hat sich ja richtig gelohnt. Hä? Ja, der kriegt Damage. Dann capture ich das alleine, ey. Also, das verstehe ich. Jetzt fährt der auch noch raus, ne? Alter, was? Ey, guck mal, wir haben das jetzt gleich zu 80% alleine eingenommen, hier. Das ist ja so dämlich, ey. Ich hoffe, der verreckt jetzt noch. Komm, wir heilen uns mal für nichts. Also, ich hasse der dieses übelst killgreedy sein und dann dafür jetzt dann so zeitverschwendend für alle 14 Leute. Ei, 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 Leute. Naja, siehst du, der hat jetzt im Endeffekt nichts bekommen. Tja. Keine Ahnung. So. Das war eine komische Folge. Durch und durch irgendwie komisch. Katastrophal. Ich finde es aber auch geil, auf dem ganz kleinen Rang, dem wir sind, verlieren wir trotzdem mehr Punkte, als wir gewinnen. Das ist eigentlich ein bisschen frech. Naja. Also generell, das Elo-System scheint nicht so gut zu sein. Ich meine, ich will mich nicht wegen meinem Rang beschweren, sondern einfach wegen dem System selber. Großer Vorteil, das muss ich sagen, muss ich positiv anmerken. Man sieht, wie viele Punkte man hat. Das haben viele Spiele nicht. Aber ich finde generell, das Elo-System selber, eher ein bisschen schwierig. Aber ist auch schwer, so eins aufzubauen, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Ist genau wie ein Turnier. Normalerweise dieses, man kennt es ja mit dem Ranglistenbäum, dass du halt irgendwie, sagen wir mal, ein Viertelfinale hast, du halt immer eine Person oder ein Team gegen ein Team oder so. Und dann halt, der Gewinner geht weiter, der Verlierer schaltet aus. Solche Systeme sind aber eigentlich für Turniere auch absolute Rotz. Ist aber bei vielen Systemen aber schwierig, anders umzusetzen. Und naja, keine Ahnung, ist doch egal. Ist ein anderes Thema. Dann gehen wir beim nächsten, ne, doch, beim nächsten Mal in eine Runde rein. E100 lief jetzt nicht ganz so gut, wie ich es gerne gehabt hätte. Ausliegen lag auch eher mir. Also, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Nein, bis zum nächsten Mal. Ohhh. Bis zum nächsten Mal.